so meine lieben freunde und abonnenten es ist mal wieder soweit ich präsentiere die abonnenten welt so wie man da ganz hinten in der ferne schon sieht da geht schon mal komplett durch hat man ja letztes mal doch letztes mal hat man schon gesehen dass es da auch durch ging aber da steht jetzt noch mittlerweile was dazwischen und ich würde sagen wir gehen einfach mal entlang an die ganzen torbögen der ersten folge vorbei und dann begutachten wir quasi dann erstmal den kleinen umriss der uns dann hier vorne entgegen strahlt ist nämlich komplett hundertprozentig fertig aber das was ich bis jetzt innen drin und so gebaut hat das hat bis jetzt als namen bekommen hier links und rechts die beiden flaggenmassen wo wir gesagt hatten die jungs bzw medis was auch immer die ich nicht sehen kann von namen her da hat mich keiner angeschrieben und deshalb habe ich beschlossen ich lasse die beiden jetzt einfach erst mal frei so wie man hier sieht ich kann mal kurz ein bisschen abheben einmal schön die beiden banner links und rechts hängenderweise ist hier ruhe runterhängt an den wänden ich hatte mir überlegt machte große fenster rein aber ich hatte mir gedacht so mit dem flachen kommt das ein bisschen cooler oben dann so ein kleiner balkon und hinten dran also ein paar kleinere säulen die dann das dach stützen aber das ist noch nicht fertig dann hier kann ich mal so einen kleinen rundflug noch um den garten machen ich bin mir jetzt nämlich nicht hundertprozentig sicher ob ich das alles schon so fertig hatte damals und alles natürlich schön umzäunen von der kleinen mauer wo platz stehen hier jetzt ein hühnchen da werde ich mich später drum kümmern so ich würde sagen wir gehen jetzt einfach mal hinein in diesen komplex so die paar stufen hinauf und dann gucken wir uns hier erstmal ganz kurz um hier mal eine schöne große eingangshalle gestützt von den netten abonnentinnen und abonnenten da gucken wir mal ein stützpfeiler gebaut für sternchen cornyx tv gaming und mehr und dann kommt noch ausrufezeichen kein smiley unten noch ein sternchen aber das hat nicht mehr mit hingepasst vielen dank für dich und dann gehen wir weiter zum nächsten stützpfeiler der ist gebaut für woki 300 ich hoffe man spricht das richtig aus falls ich irgendwas falsch aussprechen sollte soll ich dafür aber ich denke mir also mein teil wie ich denn aussprechen soll so der nächste stützpfeiler gebaut für 14 75 danke auch an dich noch ein stützpfeiler gebaut für x solid breaker 93 auch danke an dich so hier kommt dann im späteren verlauf noch was her dazu aber im späteren verlauf mehr dazu der nächste stützpfeiler ist gebaut für relaxona danke und ein stützpfeiler gebaut für den kanal von left massier 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 denke ich kommt am nächsten so an euch auch vielen lieben dank genauso wie an alti die schon hier außen bis zu der schwelle unseres neuen gebäudes schon von da an dabei waren und ich würde sagen wir machen jetzt hier noch so einen kleinen rundflug da haben wir hier unten das kleine banner quasi in dem boden mit eingelassen und dann im späteren verlauf da bin ich jetzt hier habe ich schon mal so ein bisschen angefangen bis zum boden zu legen und dann geht das hier hinten dann noch weiter aber das kommt dann alles so mit der zeit hier kann man dann noch so die treppen nach oben gehen so da kann man sich von oben dann hier da unten alles komplett mit angucken und hier könnte man dann noch hinaus auf die mauern und kann sich dann quasi von den mauern den garten angucken dann fliegen wir mal nach oben weil ich habe dann noch keine treppe hingebaut wenn man dann quasi hier dann irgendwo hoch da irgendwann raus kommt dann könnte man hier vom balkon aus den kompletten garten ebenfalls überblicken hat man quasi hier so eine kleine gehobene stellung so so wie es weitergeht das werden wir irgendwann erfahren ich bedanke mich jetzt erstmal wieder an die alten an die neuen an alle abonnenten wunderbar dass ihr da seid und wunderbar dass du durch unsere welt weiter wächst und ich bin mal gespannt wo das alles hinführt ich begebe mich jetzt mal zurück an den anfang und ich würde sagen bis jetzt haben wir ja doch schon einiges geschafft schaut doch schon mal recht ansehnlich aus würde ich sagen so wir sehen uns dann das nächste mal wieder in dieser welt bis dahin habt eine schöne zeit vielen dank dass ihr da seid und bye bye bye